Aktuell keine Koba-Kommerzbank-Kappturniere mehr. Das heißt, ich muss wieder zum ganz normalen Training gehen und schauen, dass ich die Knie ignoriere. Das heißt, ich muss wiederholen, dass ich die Knie in der 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 Knie. Das heißt, ich muss wiederholen, dass ich die Knie in der 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 Knie. Das ist das, was ich kann nicht ohne Knie in der Knie in der Knie drücken. Ja, das war der Fall. Das war's. 2, 2, 1 Das ist nicht so easy. Applaus 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 Applaus